Hä? Ja! Mal nehme Hut und klatsche den Einstein ins Gesicht. Suchhundi, such! Kannst du den Mann zu diesem Hut finden? Jo! dealing hinterher. Doch duckt sich vor seinem eigenen ich. Schön. Und wie laden wieder und laden wieder einladen. Der moment mal. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber was für eins. Einstein. Danke, dass du uns hier hergebracht hast. Bitte sehr. Lalalala. Dann klingel ich einfach mal. Summer. Ja, wer ist da? Es ist McFly. Ich weiß. Jo. Ähm, wo ist denn die Vorladung? Arthurs Vorladung. Was glaubst du, was du da tust? Ihm die Vorladung zu werfen. Das geht nicht. Du musst sie ihm geben. Okay. Dann will ich ihm vielleicht den Hut zurückbringen. Hallo, Sida. Ich hab hier den Hut. Ich hab hier zurück, nachdem er die Vorladung von mir erhalten hat. Wieso das denn? Na gut. Haben wir noch irgendwas Interessantes? Telefonnummer. Der Browns bringt auch nichts. Dann rede ich einfach normal mit ihm. Ist ja gut. Kann ich hier jemand veräppeln? Ja. Ich will dich verarschen. Natürlich will ich dich verarschen. Ah, muss ich nochmal auf den Summer drücken. Was ist denn das denn? Aber der sieht echt aus wie Martys Vater, ne? Also der Schauspieler wird den spielen. Theoretisch. Hypothetisch. Eigentlich. Und überhaupt. Das ist ja seltsam. Nämlich der Urgroßvater von Marty sieht ja aus wie Marty. Der Großvater und der, äh, äh, und der Vater sehen auch wieder gleich aus. Und dann sieht wieder Martys Sohn aus wie Marty. Und seine Tochter ja auch, weil das fand ich schon cool, dass, äh, das, das, äh, na wie heißt er jetzt? Was nun? Dass Michael J. Fox nicht nur den Sohn, sondern auch die Tochter gespielt hat, fand ich schon lustig. Ich rede mal mit ihm. Hey Arthur, hätten Sie einen Moment Zeit? Kennen wir uns? Wir sind verwandt. Ich bin ihr Enk, ähm, der Großneffe Ihrer Mutter. Sie meinen, mein Großcousin? Ja. Schön, Sie kennenzulernen. Aber ich darf das Haus erst verlassen, denn mein Boss ist erlaubt. Er hat klare Anweisungen gegeben. Ach, Weichei. Entschuldigung, ein andermal. Der redet aber genauso. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ich so eine Erfahrung verkraften würde. Und solche Aussagen waren ja auch von George McFly sehr oft im Film, ne? Was nun? Und natürlich auch, äh, die Aussage, sag ich, mein Lieblingszitat. Oder eins meiner Lieblingszitate aus Zurück in die Zukunft. Du bist meine Rikscha. Das ist einfach schön. Ich bin's wieder. Kommen Sie bitte runter. Warum? Weil ich hab was für Sie. Wir haben etwas für Sie. Es ist ein Vor... Ein Vorteilsabonnement für das Fachblatt der Buchhalter. Er wird nicht rauskommen, wenn er unser eigentliches Anliegen kennt. Oh, in Ordnung. Ich bin nicht interessiert. Und außerdem lässt mich mein Boss nicht aus dem Zimmer. Entschuldigung. So ein Überweichei ist das. Oh, das muss ich immer wieder auf den Sommer drücken. Dann kommt der Typ dahin, sagt was nun wieder. Und dann muss man ihm wieder neuen Grund nennen. Das ist doch bestimmt wieder der letzte Grund. Oder das letzte, was man zu ihm sagt. Wie immer. Ja, beschleunigen wir mal das Ganze ein bisschen, indem wir die blöden Sätze auch wegklicken. Warum? Warum? Ja, warum bist du es denn wieder? Wir kommen vom Gericht. Wir repräsentieren das Gesetz. Wollen Sie etwa gegen das Gesetz verstoßen? Nein. Aber ich will auch nicht gegen Kit Tennens Gesetz verstoßen. Und er hat mir befohlen, hier zu bleiben, bis er mich gehen lässt. Entschuldigung. Nasen, nasen, nasa. Meine Güte. Der Schauspieler, der den, äh, auch den George McFly spielt. Äh, Crispin Glow. Was nun? War ja auch, äh, zum Beispiel in, wo hat er noch gespielt? Als letztes habe ich den, glaube ich, gesehen in Alice im Wunderland. Da war er doch dieser Ritter-Typ. Oder natürlich in Drei Engel für Charlie, wo er diesen, dieser durchgeknallte, haarebesessene Typ ist. Ah, jetzt habe ich wieder zu viel geredet. Verdammt. Ich rede zu viel. Ah, na. Ah, na. Noch einmal. Das ist aber das letzte Mal, wa? Ja, 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 ja. Was nun? Äh, was nun? Ich, äh, sag dir was nun. Ich bin's wieder. Warum? Warum bist du's wieder? Ja, genau. Wir haben eine wichtige Mitteilung für Sie. Wir haben einige wichtige Informationen für Sie, die wir nicht so besprechen können. Sie sind privat. Dann schicken Sie es mir per Post zu. Ich sitze hier oben fest, bis der Boss mir erlaubt zu gehen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ein andermal. Hä? 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 Aber es gab doch nur vier. Was, was, was soll ich denn jetzt? Bis der Boss mir erlaubt zu gehen. Bis der Boss mir, haben wir irgendwas, was ihm, äh, sagt, dass sein Boss sagt, er soll gehen? Oh, oh, ah, hab ne Idee, hab ne Idee. Ich hab immer noch ein Tonbandgerät. Ich hab's zwar schon halb kaputt gekloppt an diesem komischen Rohr, was als Pfeife bezeichnet ist, aber es dürfte doch noch funktionieren, oder? Kommen Sie bitte runter. Warum? Weil, äh, ist doch egal. Wir sind immer noch verwandt. Was heißt ich? Bla, 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 bla. Ja, schön, Sie kommen, gegebenen Schuld. Ja, genau. Ich will jetzt, äh, zurück in die Stadt. Wie komme ich zurück in die Stadt? Geh mal zurück in die Stadt. Hä? Nicht vor dem Blumenkübel hängen bleiben, Alter. Ich komm, ah, so kommt man zurück. Kit Tannen ist doch, ähm, ist der noch im Friseurladen? Ah, aha, oh, da kommt er gerade, aha, wunderbar. Genau das hatte ich erwartet, dass Kit Tannen irgendwo ist. Sein Assistent ist allerdings scheinbar überall gleichzeitig, oder sind das Zwillinge, oder kann der auch durch die Zeit reisen? Wie kann der denn immer gleichzeitig die Fässer verladen, dann gleichzeitig Kit hinterher rennen? Sehr mysteriös. So, Kit. Wo bist denn du? Oh, vorne bist du. Achtung, ich komme. Klar, hä, die reden irgendwie still. Sieh an, sieh an, wen haben wir denn da? Man sagt, die Ratten kehren immer zum sinkenden Schiff zurück. Willst du mir meinen Hut zurückgeben? Nö. Schnapp ihn, der Matches. Ach, nicht schon wieder. Was mache ich jetzt? Was muss ich tun? Ich dachte eigentlich, ich könnte jetzt mit dem Tonbandgerät aufnehmen, wie, äh, der Tannen irgendwie sagt. Jetzt kommt da runter. Ah, es kommt da runter. Ah, haha, ja, geil. Jetzt kommt da runter. Brillant. Objekt benutzen. Super. Was glaubst du, was du da oben tust, du dürrer Wicht? Komm sofort hier runter. Ha. Ja, so hatte ich es mir vorgestellt. Aber, wie. Mach mich nicht wüten, Trottel. Komm runter, die Suppe musst du auslöffeln. Ich glaube nicht, dass sie momentan sehr gesprächig sind. So einfach kommst du nicht davon, lieber den Kippten. Ah, Einstein. Einstein, Hilfe. Einstein, fast. Hey, hau ab. Hau ab. Mach mich in Ruhe, du bekloppte Kröter. Wir sind beschäftigt. Draußen. Verschwinde. Oh, jetzt ist er weg. Hey. Wo ist der hin? Du hast ihn entwischen lassen, Idiot. Idiot. Genau. Gut, dann laufe ich jetzt mal wieder erstmal gegen die Mauer, bleib hängen und jetzt laufe ich da wieder zurück. Und, äh, wie gedacht, spiele ich dann dem Arthur McFly einfach mal etwas vor. Und zwar den Ton vom Tonbandgerät. Damit der arme Kerl denkt, da wäre Mad Dog, nicht Mad Dog Tenon. Ich will immer Mad Dog Tenon sagen, aber das ist ja der Typ aus dem Western, ne? Kid Tenon. La, 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 la. Wenn diese Wege nicht so lange dauern würden. Manchmal wäre doch, äh, so ein Teleporter wie in Mystic nicht schlecht. Dass man schneller die Orte wechseln kann. Und wir drücken auf den Sommer. Was nun? Was Schnulles? Ja, was wählen sie denn? Wer sind sie überhaupt? Dann nehmen wir das Gerät. Objekt benutzen. Und mit Arthur benutzen. Mhm. Was glaubst du, was du vertust, du erbärmlicher Jammerlappen? Komm sofort da runter! Es ist Kitt. Sofort, Boss! Vollidiot. Wo? Wo ist Kitt? Idioter. Naja, dann geben wir ihm jetzt mal seine Vorladung. Bitte? Arthur McFly? Ja? Ich hab hier etwas. Danke. Eine Vorladung. Ich fordere Sie auf, sich bei Gericht zu melden und Beweise vorzubringen zur Untersuchung. Kitt Tenon? Nehmen Sie die zurück. Sie werden die nicht mehr los, Mr. McFly. Sobald Sie eine Vorladung erhalten haben, ist es Ihre Pflicht, sich dem Gericht mitzuteilen. Tun Sie das nicht, droht der Haftbefehl. Haft? Aber Kitt wird mich töten. Dummer, dummer. Ach, die Heilige Bimbam. Was soll ich tun? Ich schlage vor, Sie nehmen den Schutz des Gerichts in Anspruch. Erstmal durchatmen. Oh Gott. Okay. Und jetzt? Die Vorladung wurde zugestimmt und wir haben ein Fass voll Alkohol, das uns nach Hause geliefert wird. Jetzt könnten wir in dein Labor gehen und den Raketenbohrer bauen. Oh yeah. Äh, du hast doch ein Labor, oder? Was für ein zukünftiger Patentbesitzer wäre ich ohne Labor? Komm schon. Jetzt bin ich gespannt, wie das Labor aussieht. Bestimmt ganz viele Uhren. Ich geh los und hol den Raketenbohrer. Gut. Komm, gehen wir. Die Zeit wartet auf niemanden. Er fragt sich nicht, warum der Typ immer vom Gefängnis rumlungert. Woll. Fluxkompensator fluxuiert. Ob das wirklich klappt, Doc? Äh, Emmett? Lass dich nur nicht von meinem maroden Labor täuschen. Wenn alles ganz genau nach Plan läuft, sind wir schon bald im Besitz des stärksten Raketentreibstoffs der Welt. Stark? Äh, wie? Das ist ganz einfach. Diese Kurbelwelle induziert eine starke Spannung direkt in die Elektrolysekammer, wo Wasserstoff entsteht, der regelmäßig in den primären Destillationszylinder abgegeben werden muss. Während wir uns um den Wasserstoff kümmern, müssen wir die Proteinflex in dieses Aquarium mit Knöllchenbakterien streuen, um den nötigen Stickstoff für die Katalyse der Reaktion zu erzeugen. Cool. Kalt? Nein, heiß. Extrem heiß. Die Temperatur muss genau auf 623 Kelvin gehalten werden, indem man mit diesem Balk hier... Das habe ich jetzt nicht verstanden. Noch Fragen? Das war mir zu hoch. Genau. Elektro, was? Äh, äh... Emmett! Versuchen die Zeitkundenbeule auf meinem Rasen! Heiliger Bimboff, das ist mein Vater! Und? Und er weiß nicht, dass ich hier wissenschaftliche Forschungen betreibe. Er denkt, ich komme hierher, um Gesetzestexte zu kaufen. Oh. Eikaramba! Ich versuche, ihn abzuwimmeln! Kümmere dich um... Wow! Können wir nicht einfach mit vorne anfangen, wenn er weg ist? Zu spät! Die Reaktion läuft schon! Keine Sorge! Ich versuche zu helfen, wo ich kann! Aber... Ich komme, Vater! Oh, oh! Kann ich einmal speichern? Ich komme, Vater! Junge! Darf ich mal gerade speichern? Speichern. Da. Spielstand speichern. Ja, will ich überschreiben. Zurück. Und so. Was soll ich machen? Mit Bakterien berieseln. Wo sind denn Bakterien? Bakterien berieseln? Ping! Ähm, 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 Feuerschüren? Ein guter Anfang! Die zacken sich im Hintergrund nur die ganze Zeit. Ping! Dann haben wir noch Gasdruck ablassen. Oh, das wäre eine gute Idee. Okay. Achte genau auf meine Betonung. Ähm, drehe mir nicht den Rücken zu! Ach! Achte genau auf meine Betonung. Elektrische Kurbel drehen. Rennen der Leidenschaft sein. Aber meine ist es nicht! Nein! Oh. Was hast du getan? Mit? Mit wem redest du da? Mit niemandem? Ähm. Was kann ich dafür, dass der Funke einfach nicht überspringt? Funke? Nee. Nein! Verdammt! Mit Funke meinte er Strom, oder? Jetzt habe ich es gecheckt. Ich muss machen, was er genau sagt. Mist. Jetzt habe ich es verstanden. Ach, das ist erstmal zu checken, ne? Emmett, ich bin noch nicht fertig mit dir! Emmett, ich bin noch nicht fertig mit dir! So, was sagt er? Das ist keine Nahrung für den Geist, Paps! Das ist Hafer-Schleim! Äh, Nahrung! Ich glaube, das meint er, wenn er Nahrung sagt. Ping! Vielleicht sollte mich ein Blitz treffen! Würde dich das glücklich machen? Blitz! Elektrische Kurbel drehen! Aha! Warum gehst du nicht die Enten füttern, Vater? Füttern! Füttern! Bakterien! Bakterien! Blubber? Sehr gut! Jetzt das Ventil da drehen! Sehr gut! Wir haben schon ein Viertel geschafft! Ach, Gott sei Dank! Emmett, komm wieder her! Oh oh! Es geht noch weiter! Feuer! Okay! Loslassen? Wahrscheinlich meint er Gasdruck ablassen! Aha! Es mag dich schockieren, Paps! Aber nicht jeder will Anwalt werden! Schock, schock, schockieren! Elektrische Kurbel drehen! Feuer in mir, dass nicht unter dem juristischen Geschwaffe gelöscht werden kann, Vater! Oh, Feuer! Äh, Feuer schüren! Ei, 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 ei! Siehst du nicht, wie mich das innerlich auffrisst? Ah, ah! Bakterien! Bakterien! Oh, ja! Wunderbar! Weiter, weiter, weiter! Weiter, weiter so! Ich bin keiner von deinen Leuten, die um dich herumwirbeln wie Brummkreisel! Versuchst du mir etwa die Worte, Emotor! Wirbeln wie Brummkreisel? Meinte er damit das Gas ablassen? Verdammt! Wirbeln? Hä? Wo hat das denn auf Strom hingedeutet? Ich dachte, du bist ein Wissenschaftler! Amen! Aha, Feuerschüren! Die von Braun sind Diener der Gerechtigkeit! Seit der göttliche Funke die Menschheit erhält, Emotor! Nein! Ach, nö, da hab ich doch nicht draufgeklickt! Ich wollte nach rechts laufen! Mist! Mist, 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 Mist! Entschuldigung! Ja, 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 ja! Ich hab mich doch nur verklickt, Alter! Ja! Aufgeblasen! Jetzt meinte er wohl Gas, oder? Auffressen! Bakterien! Flammen! Feuer schüren! Was? War das jetzt falsch? Warum war das falsch? Versteh ich nicht, was war daran jetzt falsch? Na gut, weiter! Blasen! Darf ich auch mal eine Runde reden? Oder wird das mal wieder ein Monolog? Vater, wieso hörst du mir nie zu? Wieso musst du mir immer den Marsch blasen? Druck! Blasen! Feuer schüren! Du weißt gar nicht, was Druck ist! Hä? Ach, ne, ich sollte jetzt wieder den Druck ablassen! Der redet immer mehr... Ach, das ist... Ja, ich muss mal warten, bis er durch ist mit seinen Sätzen. Was bringt Jura einem Mikroorganismus? Deine Mutter und ich sind geschockt von deinem Verhalten! Mikroorganismus? Ohne Wissenschaftler würden Menschen wie ihr die Zukunft immer noch aus Ziegenmägen und Schafsblasen lesen. Was ist nötig und ihr Feuer unter deinem undankbaren... Ah, Feuer schüren! Hä? Ich hab doch gerade... Ich versteh es irgendwie nicht. Ich hab doch gemacht, was er gesagt hat. Ach so, oder sagt sein Vater auch solche Sachen? Hast du nicht ein Ablassventil irgendwo am Mund? Ablassen. Wenn dir mein Auftritt im Gericht nicht gefällt, feuere mich doch! Feuer. Deine Vorfahren drehen sich gerade im Grabe um. Deine Vorfahren aufhörd, und du Whenever.